Servus beieinander zu Winningers Wirtshaus Weisheiten vor dem Auswärtsspiel im Leichtathletikstadion am Oberwiesenfeld gegen Türkgücü. Die Perlacher haben jetzt seit Oktober nicht mehr gewonnen, haben nach der Winterpause den Andreas Heraf als Trainer installiert, beziehungsweise in der Winterpause schon. Der hat vorher die SV Ried trainiert und kennt 60 daher schon aus dem Sommer von dem Testspiel. Tja, wie lässt der Herr Heraf seine Mannschaft spielen? Das könnten wir jetzt mit dem Slogan heitere Systemeraten überschreiben. Seit der da Coach ist, haben wir gesehen gegen Freiburg ein 5-4-1, gegen Havelse ein 3-4-1-2, gegen Osnabrück ein 4-4-2 mit Doppel-6, gegen den Halleschen FC ein 4-3-3-Offensiv und am Wochenende gegen Mannheim ein 4-2-3-1. Was er jetzt morgen spielen lassen wird, kann ich leider nicht daherorakeln. Ich persönlich würde 4-4-2 spielen mit einer dynamischen Dreierkette. Das heißt quasi, dass sich der defensive Mittelfeldspieler, der tiefe Sechser, in die Abwehrkette fallen lässt und bei eigenem Ballbesitz beide Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Dann entsteht bei Ballbesitz ein 3-5-2 und gegen einen Ball kann man wunderbar den Bus vor dem eigenen Strafraum parken und so schauen, dass hinten die Null tunlichst steht, was wahrscheinlich das Wichtigste sein wird im Hinblick auf die Situation, in der sich Türkgücü befindet. Da das ja so eine Art Mischsystem ist, Vor- und Nachteile bitte der Taktiktafel auf 60er.de entnehmen. Ich sage euch gleich, das ist ein ganz schönes Stück zum Lesen. Deswegen würde jede Ausführung hier bei den Wirtshausweisheiten viel zu weit führen. So lange hat keiner Zeit zuzuhören. Kommen wir also zu den Schlüsselspielern. Seit drei Spielen steht jetzt der Franco Flückinger bei den Perlachern im Tor. Der hat jetzt quasi mit 30 Jahren seine ersten Profi-Einsätze überhaupt. Halt, nein, Entschuldigung, stimmt nicht. In der Saison 12-13 und 13-14 war er schon mal bei Halle in der dritten Liga am Start. Das, was er bisher gezeigt hat, gegen die drei Gegner, war sehr gut. Ohne den geht das möglicherweise alles in die Binsen. Nicht nur das Spiel gegen Halle. Besonders aufgefallen ist mir in den Spielen, dass er echt eine starke Reaktionsfähigkeit hat. Mit 30 Jahren ist er auch quasi im besten Torwart-Alter. Also der Mann kann tatsächlich was. In der Defensive hält man dann den Tim Rieder als Schlüsselspieler, nachdem der Mavrei offensichtlich wegen einer Lungenentzündung ausfällt. Stärken und Schwächen vom Tim Rieder kann sich wahrscheinlich noch jeder dran erinnern. Der hat ja bis vor zwei Jahren bei uns gespielt. Die wirklich wichtigen Schlüsselspieler vom kommenden Gegner befinden sich allerdings in der Offensive. Da hätten wir als erstes mal den Sarra. Ob der tatsächlich zum Zug kommt oder nicht, werden wir sehen. Gegen Osnabrück und Halle war er aus nicht nachvollziehbaren Gründen, beziehungsweise nicht ergründbaren Gründen, nicht im Kader. Gegen Mannheim haben sie einen Fünf-Minuten-Verschluss eingewechselt. In der Pressekonferenz hat der Heraf gesagt, Einsatz von Beginn ausgeschlossen. Ob er spielt oder nicht, weiß ich nicht. Was der Sarra kann, wissen wir auch alle. Der ist torgefällig, schnell, drippelstark, hat ein gutes Auge für die Mitspieler. Absoluter Dreh- und Angelpunkt, wenn er spielt. Defensive Mitarbeiter ist sehr verbesserungswürdig. Wenn er für mehr als einen Kurzeinsatz geplant ist, ist natürlich den unter Kontrolle halten die wichtigste Aufgabe. Wenn Sarra fehlt, wird der Andy Irving zum Mittelfeld-Schlüsselspieler. Der kommt aus der schottischen Premier League von den Hearts aus Edinburgh. Der ist drippelstark, aber nicht wirklich schnell. Das kann in Offensiv-Zweikämpfen dann ein Problem werden. Passgenauigkeit sehr gut. Von daher, auch auf den muss man Obacht geben. Und jetzt hat er der Sliskovic sich nach Wiesbaden verabschiedet. Da ist jetzt der Frenezi, der neue Schlüsselspieler im Sturm. Der hat bis jetzt 10 Scorer-Punkte. Ist drippelstark, passsicher, präzise, bei Flanken, schnell. Kann sowohl Flügel- als auch Sturmzentrum spielen. Der wird dann neben einem der beiden Vorgenannten der wichtigste Angreifer bei unseren Nachbarn aus Perlach sein. Wie schaut das Fazit aus? Letztes Jahr haben wir im Olympiastadion ein wunderbares Spiel von unseres Rechtsgärts gesehen. Das erwarte ich dieses Mal auch wieder. Kulisse wird natürlich größer sein. Maximal 10.000 Leute. Für mehr können sich die Nachbarn das Personal anscheinend momentan nicht leisten. 15.000 dürften ja offiziell. Ja, wie muss das ausschauen, was 60 da auf den Platz bringt? Ganz wichtig, auf die eigenen Offensivstärken schauen. Defensiv diszipliniert, konzentriert gegen einen Ball. Dass der Salga wieder dabei ist, wird vor allem bei der Disziplin eine wichtige Rolle spielen. Wir sind natürlich absolut in der Lage, denen ihre Grenzen aufzuzeigen und sie zu schlagen. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir morgen Abend drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Schöne Spiele wünsche ich allen und dann hören wir uns vor dem Spiel zu Hause gegen Halle wieder. Pfiat Zeich!